Okay, also ich bin Isi, ich bin Sarah, ich bin Caro, ich bin Anni und wir kommen aus Neubrandenburg. Und Vielfalt bedeutet für uns, jede Sportart, die wir möchten, auszüben. Mit den Parasportlern zusammen kreieren zu können, die Meinung überall frei zu äußern und wie man hier im Stadion auch die Musik vielleicht hören kann, jede Musik halt frei zu hören. Also nicht, dass einem vorgeschrieben wird, welche man hören darf und welche nicht. Und natürlich auch jedes Instrument spielen zu dürfen.